Und damit herzlich willkommen zurück zu Mario & Luigi, zusammen durch die Zeit. Weil im letzten Mal haben wir mit einer neuen Welt begonnen und zwar den Steinblock-Vulkan und haben nebenbei, während wir diesen Pfad hier, während wir gerade dabei sind, den Vulkan zu erklimmen, habe ich euch erklärt, was ich denn an dem Spiel hier so episch finde. Und ja, ne? Wir haben simpel gesagt, wir haben den ganzen Partner drüber geredet, was für Welten es gab, was ich an den einzelnen Welten so episch fand. Und, ne? Jetzt sind wir hier. Es ist noch ein weiter Weg bis zum Vulkan. Und anscheinend soll ganz oben auf dem Vulkan ein Professor leben. Oder ein verrückter Wissenschaftler, besser gesagt. Mit M.irgendwatt oder D.irgendwatt. Die Toads hier, die Einwohner des Vulkans, kennen sich nicht wirklich aus, wie man seinen Namen ausspricht. Und ich kann auf jeden Fall schon mal spoilern, dass wir den in dem Part definitiv kennenlernen werden. Und es wird eine Person sein, die wir bereits kennen. So viel kann ich verraten. Aber der Rest bleibt strengstens geheim, meine Freunde. So, aber ich habe euch auch versprochen, ich werde ein Thema ansprechen. Und zwar ein sehr interessantes Thema. Und zwar habe ich damals schon, vor fünf Jahren, als ich das Spiel zum ersten Mal, wobei zum zweiten Mal gespielt habe, weil ich habe das erste Mal gespielt, ohne zu leveln. Und dann stand ich vor dem Endboss und konnte ihn halt nicht besiegen. War dumm. Ich weiß, ich gebe es zu. Aber so war ich halt früher. Da habe ich halt gedacht, ja komm, schnell durch das Spiel durch, schnell durchzocken. Und sich dann freuen. Aber bei dem Spiel denkste. Denkste. Und ja. Dann stand ich halt beim Endboss und hatte üble Probleme. Dann habe ich das Spiel ein zweites Mal durchzocken müssen. Und gleich geht's weiter. Und dann habe ich so mittendrin, während ich gerade beim Zocken war, irgendwann eine alte Kamera von meinem Vater bekommen. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, was war. Aber da war ich noch nicht auf YouTube. Also das war schon länger eher als YouTube, wo ich die Kamera bekommen habe. Da war ich noch nicht auf YouTube. Das war, keine Ahnung. Ich bin ja fünf Jahre schon auf YouTube. Das hat alles angefangen auf YouTube mit einem Kanal, den sehr wenige von euch noch kennen dürften. Die Personen, die den Kanal leitet, die dürften alle kennen. Und ich habe dann eben einen Fake-Account erstellt. Und zwar ist das eben Alligator 10245 war das. Ich kann mich noch so gut dran erinnern. Und da war ich richtig stolz zu dem Zeitpunkt, dass ich den Emulator von den N64-Spielen zum Laufen gebracht habe. Und dann habe ich halt ein 240p-Video geladen von dem Intro von Yoshi's Story, wo ihm die Yoshis im Hintergrund... Ja, kennen wir alle, das Intro. Von dem guten Funk Royale damals. Ach, den haben wir gerne geguckt, alle. Das verstehe ich, das verstehe ich. Ist halt leider jetzt nichts mehr. Ähm, nein. Aber gut, das ist nun mal der Lauf der Zeit, ne? Das ist nun mal der Lauf der Zeit. Gute Let's Player kommen und gehen. Wer weiß, wie lange es mich noch geben wird, ne? Wenn dann irgendwann... Zeit wird zu arbeiten, die Schule vorbei ist. Wer weiß, wie lange ich dann noch YouTube machen kann. Nicht werde, weil... Wenn es nach mir ginge, ich würde das ewig machen. Aber ob ich die Zeit finde, das ist dann die Sache. Und dann kam halt irgendwann bei mir der Kanal Ultra Mario 12. Den habe ich dann mal gemacht, weil... Keine Ahnung. Und, ähm... Dann... War... Äh... Warte, 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 warte. Jetzt muss ich überlegen. Genau, dann habe ich noch Ultra Luigi 12 erstellt, weil ich... Weil dann kam... Dann kam nicht Pokémon, sondern, ähm... Minecraft raus. Und ich wollte dann extra Minecraft-Kanal erstellen. Und das war eben dann Ultra Luigi 12. Auf dem Kanal findet man heutzutage noch ein paar Minecraft-Videos. Und dann gingen die Tage eben ins Land. Und irgendwann hat der Ultra mit dem Kanal Ultra Luigi 12. Also da ist dann Alligator 1024 ist da gestorben, der Kanal, ne? Nicht der... Äh, 1024-5. Sorry. Muss man ja dazu sagen. Weil... 1024... Ja gut, ja gut. Ja, Blali, ne? Alligator 1024 ist ja auch dann gestorben, könnte man sagen. Der hat aufgehört zu Let's Playen. Ist dann in die... In die Comedy-Szene gerutscht. In der Zwischenzeit. Und der gute Ultra hat es dann auch geschafft, in der YouTube-Szene die 900 Abonnenten zu knacken. Aber der gute Ultra, der war auf seinen Namen nicht stolz. Denn gefiel der Name Ultra Mario 12 nicht. Und aus dem Grund hat der gute Ultra dann einen neuen Kanal eröffnet, auf dem... Weil dann auch das Let's Playen und so weiter anging. Ähm... Er wollte nur noch Spiele machen, die ihm auch Spaß machen, die unendlich gingen. Dann habe ich eben den Kanal Pokémon-Craft erstellt. Und jetzt dreimal könnt ihr raten, was ich dort nur noch gebracht habe. Und zwar Pokémon, Minecraft und Harvest Moon. Wie es schon im Namen steckt eben. Und... Ja. Dann habe ich alle meine Abonnenten aufgegeben für den Kanal Pokémon-Craft. Tja... Der Kanal hat, glaube ich, derzeit irgendwie 68 Abonnenten oder so existiert noch. Also ihr könnt da wirklich auch alle vorbeigucken. Und... Ein Abo da lassen bringt nichts. Der Kanal wird definitiv nicht mehr aktiv. Aber ihr könnt euch noch, ähm... Noch gewisse Sachen anschauen. Und zwar habe ich dann, äh... Irgendwann, in der Zwischenzeit... Meine erste Capture-Card bekommen. Und habe dann... Wieder mit den Let's Playen begonnen. Auf einem neuen Kanal. Ne, ich habe zuerst auf Pokémon-Craft. Genau, zuerst habe ich auf Pokémon-Craft noch ein bisschen Stuff gemacht. Moment mal kurz. Steinblöck ist weiters auch gereicht. Kennen wir. Und zwar habe ich auf Pokémon-Craft dann noch mit Luigi's Mansion 2 begonnen. Und... Äh... Luigi's Mansion, nicht Luigi's Mansion 2. Und mit Paper Mario für den N64 habe ich dann noch begonnen. Denke ich, dass es so war. Und... Dann gingen die Tage wieder ins Land. Ich glaube, dann ist wieder ein Jahr vergangen oder so. Also es sind schon drei Jahre vergangen, wenn man das mal so sieht. Und der gute Ultra, der hat sich gedacht, Pokémon-Craft. Ey, das ist so ein Drecksname. Und du willst auf den Kanal wirklich Let's Plays hochladen. Und damals konnte man sich halt noch nicht so simpel umbenennen. Und dann habe ich halt erneut einen neuen Kanal eröffnet, welcher den stolzen Namen Ultra Zockt trug. Und dort blieb ich dann sehr, sehr lange Zeit tatsächlich. Habe aber wenig Abonnenten auch bekommen. Also das waren auch, glaube ich, nur 68 wieder. Irgendwie so die Treuen sind immer da geblieben. Und da ging es dann los wirklich mit Mega Man und Kirby und was auch immer. Ganze Menge Stuff habe ich da gebracht auf den Kanal. Und... Ja, das war damals so. Tatsächlich. Und dann... Habe ich gemerkt... Scheiße, du hast einen Copyright Strike auf den Kanal bekommen. Und sollte nochmal was geschehen, dann wird der Kanal gesperrt. Was mache ich? Ich bitte meine guten Kollegen. Ich habe wirklich auch in der ganzen YouTuber-Zeit, die ganze Zeit, die ich auf YouTube gemacht habe, extrem viele nette Leute kennengelernt. Unter anderem der gute Luigi21, Let's Play Iggy, wie auch immer er sich jetzt gerade nennt. Und ein Kollege, der seit Anfang an tatsächlich dabei ist und mit dem ich wirklich von Anfang an mich gut verstehe. Ähm, mit denen... Ähm, denen habe ich zwar nicht gebittet, aber ich habe dann eben den guten, ähm, The Free Dresser und den guten Zerlo LP gebittet, mir meine Projekte rüber zu laden auf den Kanal Ultra Mario 12. Und dann war ich wieder zurück. Dann war ich wieder zurück auf den Kanal Ultra Mario 12. Tatsächlich. Und... Ja. Das waren die Kanalwechsel. Und in der Zwischenzeit hat dann halt YouTube nochmal erfunden, dass man sich umbenennen kann. Und der gute Ultra hat die Gunst der Stunde genutzt und sich eben erneut Ultra Mario 12... äh, Ultra Zock genannt. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Und jetzt springen wir wieder ganz weit zurück. Und zwar die Zeit, bevor ich auf YouTube aktiv wurde, als Alligator 10245. Ähm, ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht wirklich Dislikes sind. Da war ich... Boah, wie alt war ich denn da? Elf? Zwölf? Also bitte versteht das nicht falsch. Tatsächlich. Es gab damals ja zum Glück auch schon Leute, die das verstanden haben. Ihr müsst wissen, damals war mein großes Vorbild der gute Alligator 1024. Ich glaube, das war ja auch für sehr viele, die auf YouTube begonnen haben. Und das haben dann halt auch wirklich Leute verstanden, denen sein Vorbild ist der gute Alligator 1024, haben die geschrieben. Lasst ihn in Ruhe, lasst ihm sein Zeug machen. Und, äh, ja, ne? Wenn... Wenn ihr ihn nur anschauen wollt, um ihn zu haten, dann... Unterlasst es. Tatsächlich. Gab's damals schon kluge Leute. Es... Ist auch gut, wenn man Leute in Ruhe lässt und sie nicht hatet. Wer weiß, zu was das letztendlich führt. Mobbing, und zwar ganz besonders im Internet, ist das Schlimmste, was man machen kann. Hört da bitte einmal auf mich. Ich weiß, wovon ich rede. Tatsächlich. War zwar noch nichts verwickelt, aber... Mich hat auch noch niemand gemobbt über das Internet so wirklich. Das damals war halt wirklich extrem krass. Und... Wer weiß. Wenn das wirklich weiter so ging und wirklich weiter die Leute geatet hätten... Wer weiß, ob ich dann noch so fröhlich heute unterwegs wäre. Im Internet und auch vielleicht auf dieser Welt. Tatsächlich. Ähm... Gut. Genug zum Thema Mobbing. Ähm... Wo war ich? Jetzt habe ich total den Faden verloren. Ähm... Ähm... Boah, wo war ich denn gerade? Das ist echt eine gute Frage. Äh... Äh... Ach du Scheiße. Sollte das der Fall gewesen sein... Dann ist sie definitiv nicht mehr unter den Lebenden gerade. Ich vermag es nicht, unser Pech datenmäßig zu verarbeiten. Unser Timing ist überall... Äh... Ist übler als übel. Wenn wir diese Eruptionierung nicht Einhalt gebieten, sind wir verloren. Ach du Scheiße. Na dann, ich glaube, als erstes sollten wir mal... Vorsicht! Äh... Vor den Explos... Explosifikationen. Fliehen sie. Wir müssen einen sicheren Ort finden, um unseren nächsten Zug zu planen. Was? Zurück ins Pilzkönigreich? Ne. Äh... Scherz. Wir müssen nämlich zu dieser komischen Behausung auf der Map, die sehr bekannt aussieht tatsächlich. Und... Ja. Ich überlege während des Kampfes, man ihn mal nicht ansprechen wollte. Wow. Das ist gerade echt schwer. Es will mir einfach nicht einfallen. Es will und will nicht. Das ist unglaublich. Wie... Wieso? Was habe ich getan? Naja, es ist gerade sowieso nicht der richtige Zeitpunkt, um über Vergangenheiten zu reden. Denn... Naja. Ne. Vulkan-Ausbruch. Und so. Auf jeden Fall habe ich Videos hochgeladen. Ähm... Wieder... Und wieder Let's Plays gemacht. Und wieder Gegner gekillt. Mann! Und habe dann letztendlich auch alle meine Abonnenten gelöscht. Was auch eine Menge Arbeit war, weil ich einfach wieder komplett von vorne anfangen wollte mit dem Kanal. Und... Ja. Tatsächlich könnte ich jetzt schon 2000 Abonnenten haben, wenn ich die 900 gelassen hätte und wirklich, ähm, alle neu sind gerade und mich nicht von Ultra Zock kennen. Aber da ich da nur 68 Abonnenten habe, denke ich, dass das auch der Fall sein wird. Aber was will ich mit Abonnenten noch von einem toten Kanal, der schon vier Jahre inaktiv war? Das guckt sich halt keiner mehr an, dann, wenn dann wieder ein Video kommt. Wahrscheinlich waren die Kanäle sowieso schon alle tot und die Leute, die die Kanäle betrieben haben, total inaktiv. Weil wegen Arbeiten und Schule vorbei und ja, ne? Aber es ist trotzdem schön zu sehen, obwohl meine Headset-Qualität... Meine Video-Qualität ist gut, aber meine Headset-Qualität ist grauenhaft. Und es ist trotzdem schön zu sehen, wie weit ich es in der Zeit geschafft habe. Für ein Jahr 900 Abonnenten ist schön. Ich hoffe, dass ich bald die 1000 erreichen werde, denn dann ist mein Ziel erreicht. Ich denke nicht, dass ich irgendwann mal mehr arm werde, aber gut, ne? Man kann ja träumen. Das heißt nicht, dass ich mit YouTube aufhören werde, sollte, ähm... Ja, sollte ich dann die 1000 Abonnenten erreicht haben. Aber das ist halt mein Ziel. 1000 Abonnenten und dann... Mehr werde ich sowieso nie erreichen. Also dann, Freunde. Das war's für den Part. Ich hab nicht dat angesprochen, was ich ansprechen wollte, aber egal. Kabumm! Das nenne ich mal eine Eruption. Sogar, äh... Sorge besser dafür, sie aufzuhalten. Hey! Ja, wir sind in der Nähe nicht ein seltsames, kleines Gebäude. Ja, vor diesem Gebäude stehen wir gerade. Und dann werden wir uns das nächste Mal genauer umsehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dass wir Mario und Luigi zusammen durch die Zeit für heute... Und, ja, beim nächsten Mal mal gucken, ob ich da weiterreden werde oder eher der Story nacheifere. Ich denke, eher der Story nacheifere. Und dann hebe ich mir das für den zweiten Abschnitt dieses Kapitels auf. Mal gucken, wo uns das denn hinführen wird. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Ultra. Alto Alto Altoa. Untertitelung des ZDF, 2020